Noch eine Sache. Besonders schwer wird es für diejenigen sein, die aktiv einen Dienst getragen haben. Und jetzt vielleicht teilweise sich daran beteiligen können. Für die aktiven Menschen könnte das schwer sein. Aber es gibt viele Möglichkeiten, wie man mit seinen Talentengaben dienen kann in der gegebenen Situation. Wie man lehren kann. Wie man beten kann. Evangelisieren. Wie man Seelsorge machen kann. Und anderen helfen. Auch andere Sachen. Vielleicht werden wir auch Workshops in unserer Gemeinde vorstellen, wie man das am besten machen kann. Dient mit euren Gaben. Besonders in dieser Zeit mehr denn je. Der Herr ist nahe. Und jetzt im Anschluss werden wir beten. Und gewöhnlich beten wir für die Heilung der Kranken. Gewöhnlich nennen wir die Namen der Kranken. Um sie ins Gebet mit einzuschließen. Nennt bitte die Namen, die jetzt krank sind, laut, sprecht sie laut aus. Der Herr hört es. Und wir werden jetzt für sie beten. Wir werden gemeinsam mit euch für diese Menschen beten. Unabhängig davon, wo ihr gerade seid, würde ich euch gerne bitten, aufzustehen. Für das Gebet und für den Segen. Vater unser und unser König. Wir danken dir für deine Gegenwart mit uns. Wir danken dir dafür, dass du mitgewirkt hast in diesem Gottesdienst. Und dass du unseren Lob angenommen hast. Dass wir uns dir nähern konnten. Hilf uns, diese Nähe zu dir zu bewahren. Hilf uns, Menschen zu dienen. Hilf uns, dich zu verherrlichen in der Art und Weise, wie wir deine Liebe zu anderen Menschen präsentieren. Benutze uns jetzt für deine Herrlichkeit. Und für die Heilung dieser Erde, dieser Welt. Segne und heile die Namen, die gerade die Menschen, deren Namen genannt wurden. Du kennst jeden Einzelnen. Und du liebst jeden Einzelnen. Und wir bitten dich, dass du sie jetzt heilst. Berühre ihre Körper. Belebe sie. Segne auch uns und unsere Familien. Unsere Verwandten. Unsere Freunde. Und alle, die um uns sind. Beschütze uns. Beschütze uns. Bewahre uns von jeglicher Krankheit. Bewahre uns in deinem Licht. Erfülle uns mit deinem Geist. Wiedi uns za тобой. Und führe uns dir nach. segne uns alle, wie es in der Tora geschrieben steht, mit dem Segen Aarons. Im Namen Jesu des Haaretters, des Messias, Amen. Der Herr segne euch. Bis zum nächsten Mal.